Hallo und herzlich willkommen bei Medienklagemauer.tv aus unserem Studio Karlsruhe. Existiert die Kanzlerakte? Man mag das Papier nennen, wie man will. Ob man es nun Kanzlerakte, Unterwerfungsbrief oder auch geheimer Staatsvertrag nennt, spielt keine Rolle. Wer die Existenz eines solchen Papiers leugnet, muss gleichzeitig Persönlichkeiten wie Egon Bahr und Gerd Helmut Komossa als Lügner bezeichnen. Der ehemalige Chef des Militärischen Abschirmdienstes MAD, Gerd Helmut Komossa, berichtete in seinem Buch »Die deutsche Karte« sowohl über die Medienhoheit der Alliierten bis zum Jahr 2099, als auch über die Kanzlerakte, die jeder Bundeskanzler vor Ablegung des Amtseides zu unterschreiben hatte. Dies, um die Vorbehaltsrechte der Alliierten zu bestätigen. Gleiches berichtet der ehemalige Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Egon Bahr, über Willy Brandt, der sich zunächst weigerte, den Unterwerfungsbrief zu unterzeichnen, um es letztendlich dann doch zu tun. Genau wie seine Vorgänger Adenauer, Erhard und Kiesinger. Wie bekannt sein dürfte, existieren die Alliierten Vorbehaltsrechte bis heute. Warum also sollte dieser Unterwerfungsbrief, wie ihn Egon Bahr nannte, nicht mehr existieren? Das Verhalten der politischen Akteure beweist eher das Gegenteil, nämlich die Existenz eines solchen Dokumentes. Der Chef der Linken, Gregor Gysi, spricht hier folgerichtig vom Duckmäusertum der Merkel-Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Recht hat er. Der Journalist, politischer Aktivist und Autor zahlreicher Bücher über die Außenpolitik, Jürgen Elsasser, konstatierte über die Souveränität Deutschlands wie folgt. Selbst etwa 70 Jahre nach Kriegsende befinden sich immer noch über 50.000 US-Soldaten, hunderte Panzer und zahlreiche US-Stützpunkte einschließlich Atomwaffen auf deutschem Boden. Und die Bevölkerung trägt weiter fleißig die Besatzungskosten. In Milliardenhöhe. Damit finanzieren deutsche Bürger auch die menschenfeindlichen Drohnenkriege der US-Regierung, welche faktisch gesehen Hinrichtung ohne gerichtliche Urteile von Richtern darstellen. Todesstrafe ohne Gerichtsverfahren und das von deutschem Boden aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017